und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freund des gepflegten klemmbausteinbaus ihr seht es schon an der verpackung es ist mal wieder mockzeit und zwar habe ich heute für euch einen toyota tacoma mitgebracht ein meiner meinung nach sehr cooler toyota pickup für den offroad einsatz der um die jahrtausendwende seine hochzeit hatte und davon habe ich auf rebrickable ein sehr interessantes mock gesehen und habe es mir nicht nehmen lassen das ganze zu bestellen in dieser tüte sind leider mal wieder ein paar andere steine mit drin die zu einem anderen mock gehören denn vbrick hat es mal wieder nicht geschafft meine mocks zu trennen und einzeln abzupacken das ist relativ schade davon abgesehen bin ich immer noch ein fan von dem bestellvorgang von vbricks und zeige euch natürlich gleich am pc noch mal das mock die anleitung den preis wenn man es in lego teilen bestellen würde und eben den preis den ich auf rebrick bezahlt habe ihr kennt ja den ganzen ablauf schon bevor ich dazu kommen möchte ich aber noch kurz etwas persönliches ansprechen und zwar habe ich ja die 500 abonnenten auf dem channel geknackt und dafür danke ich euch sehr ich habe dafür auch schon ein kleines special in der planung das sollte eigentlich pünktlich mit den 500 abonnenten kommen aber ich habe nicht damit gerechnet wie schnell die letzten 15 abonnenten dazu gekommen sind deshalb wird es etwas später kommen und manche werden jetzt sagen 500 abonnenten warum macht man dafür ein special und da muss ich sagen ich bin nun mal ein kanal mit einem rand thema mit klemberstein noppenstein legostein oder wie man es auch immer nennen möchte und ich mache das ganze nebenbei neben meinem vollzeit job und da hätte ich nie damit gerechnet diese zahl mal zu erreichen das ist hier mein hobby und deshalb freut es mich umso mehr dass mittlerweile schon 500 leute sich dazu entschlossen haben sich diese videos hier anzuschauen als abonnent und viel mehr leute es ja auch ohne abo schon tun und deshalb möchte ich mich noch mal bei allen bedanken die mich auf diesem tollen weg begleitet haben vielen lieben dank jetzt würde ich sagen gehen wir aber auf jeden fall in den pc und schauen uns das mock an um das es heute gehen wird und damit mal wieder hallo herzlich willkommen in meinem pc hier bei dem toyota tekuma mock die mock nummer 123 133 vom lieben pa shadeco 240 teile hat dieses mock und das coolste ist die anleitung ist mal wieder völlig kostenfrei schon alleine das hat meines erachtens einen like verdient und hier geht auf jeden fall noch was da könnt ihr ja gerne vorbeischauen und ein like da lassen die details sind nicht sehr ausgeschmückt hier hat er nur geschrieben es ist eben ein fahrzeug in city größe was für eine expedition ausgerüstet ist da wir in der anleitung keine teile liste haben könnt ihr euch gerne hier das inventory mal anschauen und ihr könnt wie immer gerne das video anhalten an einer stelle die euch besonders interessiert wenn man die steine aus lego kaufen würde wäre man bei ungefähr 25 euro ich habe die steine bei webrick für knapp 13 euro bestellt musste aber auch einige teile selber dazu steuern weil webrick keine bedruckten teile hat und wir haben hier zum beispiel drei solarpaneele und diese bedienelemente die bedruckt sind das fahrzeug kann man aber auch ohne diese teile bauen oder durch andere elemente die man sowieso zu hause hat ersetzen genau deshalb baut man ja ein lego mock dann können wir uns auch mal die anleitung anschauen und die geht sofort los wir haben wie gesagt keine teile liste weder am anfang noch am ende sie ist auf jeden fall hochwertig aufgezogen man kann alles gut erkennen was neu gebaut wird wird mit orangen strichen umrandet und insgesamt haben wir 86 bauschritte für die 240 teile ich denke das hört sich ganz vernünftig an und man sieht dass sich der mokker in der anleitung wirklich auch arbeit gemacht hat ich bin schon sehr sehr gespannt auf dieses mock und fangen dementsprechend jetzt auch anzubauen und wir sehen uns dann gleich nach den ersten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen uns das erste mal nach 48 bauschritten wieder und damit so ziemlich zur mitte dieses bauerlebnisses die anleitung ist bisher wirklich sehr verständlich und für eine kostenfreie mock anleitung auf einem sehr sehr hohen niveau man hat hin und wieder mal dieses typische mock gefühl an der man sieht dass es sich ein wenig unnötig schwer gemacht wurde bestimmte steine zu platzieren aber diese anleitung ist erstens kostenfrei und eben auch nicht von einem großen designer team erstellt worden und gerade bei so einem kleinen set fällt sowas überhaupt nicht negativ ins gewicht und ich hatte bis hierhin durchgängig spaß und in den 48 bauschritten haben wir auch durchaus schon ein wenig erschaffen so haben wir die seiten des fahrzeugs gebaut die front ist schon so ein wenig zu erkennen und sieht meines achtens jetzt schon cool aus und auch von hinten haben wir schon ein paar elemente zum beispiel eine anhängerkupplung reingebaut im innenraum haben wir einen lenkrad man mag es kaum glauben und einen sitz sowie einen von uns gebauten sitz für eine zweite figur türen haben wir in diesem fahrzeug nicht hier musste die funktion wieder dem design weichen aber ich finde auch das hier richtig cool denn dieser farbverlauf ist hier eben komplett aus stein gebaut sticker sind nervig drucke sind besser aber meines achtens ist es am coolsten wenn so etwas eben aus stein gebaut wurde das hatte kobe bei einigen set schon drauf und in diesem mock haben wir das im ganz kleinen sinne auch und ich finde das sieht auch wirklich gut aus und kommt damit gut zur geltung also ihr seht schon ich hatte bis hierhin richtig spaß an diesem mock und bauer jetzt natürlich weiter wir werden uns gleich höchstwahrscheinlich mit dem fertigen mock wiedersehen und damit ist auch schon fertig der toyota tacoma vom lieben pr chedeco und die anleitung für diesen tacoma war wirklich wie schon im zwischenbauschritt richtig richtig gut für eine kostenfreie mock anleitung hier gab es keine probleme das bekommt wirklich jeder hin und dementsprechend man muss sich immer bedanken dass sich hier die arbeit gemacht wurde so ein mock zu designen und dann noch so eine anleitung auf die beine zu stellen und das ganze dann sogar kostenlos raus zu hauen im wesentlichen haben wir bei dem tacoma noch den dachaufbau sowie die frontscheibe gebaut die motorhaube ist dazu gekommen hier oben ein paar solar panels hier sind übrigens vom lieben pr chedeco andere solar panels vorgesehen gewesen es gibt aber keine bedruckten teile bei wie bricks und ich hatte diese schönen glitzer steinchen noch von lego rumliegen ja original lego ihr müsst mich nicht verklagen und die habe ich dementsprechend hier drauf verbaut ich finde die sehen auch gut aus und kommen einem solar panel auch gewissermaßen nahe wir haben das fahrzeug hinten noch um eine klappe ergänzt haben diese schöne gefließte ladefläche und meines achtens ganz wichtig wir sehen wenn wir das dach abnehmen hier ist noch einiges an einrichtungen dazugekommen wir haben vor noch armaturen verbaut hier einen kleinen koffer drin hier hinten hängt eine taschenlampe dort ein walkie talkie dann haben wir hier so eine axtang und auf der anderen seite eine schaufel das haucht zum kleinen fahrzeug noch mal viel mehr tiefe und leben ein generell finde ich das ganze wirklich design mäßig sehr gelungen es sieht wie so ein richtig schöner alter hoher pick up aus ob man jetzt hundertprozentig auf einen toyota tacoma dadurch schließen lässt das ist euch selbst überlassen aber ich finde die grundelemente sind bei dem fahrzeug auf jeden fall getroffen worden der einzige kleine kritikpunkt den ich bei diesem mock vom aussehen habe den sehen wir auch direkt von oben dass hier oben die noppen freigelassen worden sind ich habe kein problem damit wenn bei lego auch ein paar noppen raus stehen damit man auch sieht dass es lego ist aber hier gibt es meines achtens kein stimmiges bild eine weiße oder eine schwarze einmal vierer fliese hat aber denke ich jeder auch noch zu hause oder findet eine andere kreative lösung um die noppen hier abzudecken gerade wer mit den solar panels oder diesen teilen hier gearbeitet hat kann auch hier einfach noch mal so ein teil drauf machen und hat eben eine größere solarfläche von daher ist das kein großer kritikpunkt nur etwas kleines was mich gestört hat ich finde aber auf jeden fall dass der mokker geschafft hat bei einem sehr kleinen und auch nicht allzu teile intensiven fahrzeug ein tolles lebhaftes modell hinzubekommen mit dem man es sich richtig vorstellen kann wie es irgendwo durch eine wüste oder durch den dschungel fährt um abenteuer zu erleben und genau so sollte ein spielset sein und das ganze dann mit einer kostenfreien anleitung man hat also nur die steine kosten das ist wirklich tipptopp also ihr seht schon ich hatte auf jeden fall viel spaß mit diesem mok und kann es euch dementsprechend nur empfehlen das ganze mal nachzubauen und vor allen dingen mal beim lieben p.a shedek auf seiner replicable seite vorbeizuschauen die verlinke ich euch unten lasst ihm gerne mal ein follow da und vor allen dingen lasst auch gerne diesem mok hier einen like da wem dieses farbschema in grau orange und weiß gefällt und dieses expeditionsthema da hat er zum beispiel noch eine große expeditionsjacht die auf den ersten blick auch wirklich spannend aussieht also wer gerne mocks in diese richtung baut ist bei ihm sehr gut aufgehoben hier haben wir auf jeden fall ein schönes fahrzeug in der sechs noppen breite das heißt es ist auch bereit für eine city steht aber auch allein als spielauto wirklich gut da und es sieht auch ganz gut im regal aus also das ist wirklich wie gesagt ein mok was mir sehr große freude bereitet hat ihr könnt mir auch wie immer gerne in die kommentare mocks schreiben die ihr spannend findet die ich mir eventuell auch mal anschauen soll und wenn euch diese mock review gefallen hat lasst wie immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch auf jeden fall noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick auf jeden fall